So, herzlich willkommen zur zweiten Folge. Ich muss erstmal daraus kommen. Wir sind hier im zweiten Tag, haben uns ein Glied genommen und nudeln hier einfach mal alles voll kurz. So, das ist voll. Wir brauchen nämlich den Platz, wir brauchen nämlich die Sachen hier. So. Siehst du, das hat Platz gehabt. Sehr schön. Mehl. Wir brauchen noch ein bisschen Mehl. Wir haben noch keine Eier. Mehl und Eier brauchen wir. Dann müssen wir nämlich den Kuchen backen. So ist Brot. Hab' wir noch. Wartlaufstapel nämlich. Hat so ein bisschen Lidl-Vibes, oder? Das ist auch immer die Sachen im gleichen Regal. Das ist im Karton, aber... Oh, Alter. Was ich merke, krank sein ist gerade ein bisschen blöd zum Aufnehmen, weil du ja deine Stimme verwendest. Das ist gerade richtig Folterung. Und ich bin auch noch komplett verschnupft. So, wir können öffnen. Aber ich muss vorproduzieren ein bisschen. Sonst haben wir nichts mehr. Das ist auch schlecht. So, kommt, Leutchen. Ich warnte auf euch. Holt euch die Sachen. Ganz schöne Sachen. Komm jetzt. Kommt der Erste. Kommt der, kommt der, kommt der. Oh, Katze. Nicht auf die... Ach, ich finde ja meine Katze süß. Aber die geht immer auf die Tastatur mit dem Pfötchen. Irgendwann spielt die da irgendwas rum und dann ist Game Over, weißt du? So, das holen wir mal. Das sind jetzt 0 Euro. Tschüss. Geh. Ciao. Aber geh mit Gott. Ach, wir müssen anschalten? Okay. Ich schalte schon an, ist okay. Ja, guten Tag, junge Dame. Kann ich Sie beraten? Aha, was holen Sie sich? Einmal Frühstücksflocken. Warum brauchst du so viel Öl? Warum brauchst du 3 Liter Öl? Wieso? Aber ist es in der Corona-Zeit hier oder... 50? 75? 80. Das ist so sehr schön. 3 Euro 10? Ei, 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 ei. Das ist so, was sie ist. Ich komme sofort. Lass mich nur kurz meinen Karton wegwerfen. Ich hole meinen Karton. Es rappelt den Karton. Tong, 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 tong. 45? 20? 3 Euro 40. 1, 2, 3. 10, 20, 30, 40. Tschüss. Guten Tag. Ciao. Ciao, ciao, ciao. So. Will es sich so aus? Können wir irgendwas auffüllen? Ja, Tußbrot. Sehr schön. Ein Karton weg. Ist irgendwas teurer geworden oder günstiger? Ich glaube nicht, oder? Ne, die sind alle gleich geblieben. Die sind alle gleich geblieben. Ei, ei, ei. Tablet. Ein Tablet zum Bestellen von Produkten durch Scannen von Etiketten auf... Oh, das ist ja cool. Das ist ja cool. Was ich spiele, merkst du, dass es halt im Eurlux ist. Es wird noch weiterentwickelt. Finde ich cool, eigentlich. So. 7,50 Euro. Er hat 0 Euro. Tschüss, geh. Nee, aber geh mit Gott. Äh, so. Warum? Warum kauft mir keiner Mehl? Hm. Kraft verbieten. Am Öl wird gekauft, wie blöd. Ach, guck mal. Ein Mehl ist jetzt weg. Gut. Aha, Bargeld. 1 Euro, 10, 20, 30, 40. Kaufe dir eine Produktlizenz über einen Computer. Das machen wir nachher. Jetzt werde ich ein bisschen Geld verdienen. 4,40 Euro. 4,40 Euro. Machen wir das am Abend, nämlich. Weil sonst bringt das von uns nichts. Aber für neue Aufbauten brauchen wir doch Geld. Oh, guck mal. Eine junge Dame. Hm, die kommt sich Konflicks ein. Darf ich zum Frühstück kommen? Und der GTA haue ich nur auf Raum drauf. Keine Artikulation. So. Hältchen. Und tschüss. Was gibt's denn für Lizenzen? Warte mal. Verwaltung. Lizenzen. Ah. Wasserflaschen Käse. Schwarzer Kaffee. Eier. Milch. Und Schwarztee. Das müssen wir danach umzuholen. Definitiv. Ah, da brauchen wir auch wieder neue Kühlschränkungen und Co., oder? Nehme ich mal an. Wobei, ich denke mal, Wasserumzug kann ich doch... Kann ich doch einfach auch rein theoretisch... Über, ähm... In den Regalen stellen, oder? So, 13,30 Euro. 13,30 Euro. Oder? Oder müssen die gekühlt sein? Ach, ich komme ja. Kann ich das Regal verschieben, ohne dass die Sachen drunter fliegen? Ja, guck mal. Das geht. Das heißt, ich könnte rein theoretisch jetzt hier... Oh, ich komme ja. Was ist denn hier los? 42 Euro. 20. So, tschüss. Game over. Geh. Kannst auch gehen. So, geh doch zu Netto. Ähm, Rechnung, Lizenzen. Ne, warte mal. Muss ich jetzt über den Markt holen? Ja. Winikühlschrank. Ach so, großer Kühlschrank. Da können wir auch Kühlschränke kaufen. Cool. Fünf, sechs, zehn, zwanzig, dreißig. Boah, es ist schlimm. Heute ist schlimm. Das ist ja Kühlschrank, merke ich richtig zur Zeit. Was, nur Mehl? Was brauchst du, Mehl? 6 Euro 30, 5, 6, 10, 20, dreißig. Check. Tschüss. Game over. So. Und der? Was will der? Alter. 50, 60, 70, 80, 85, 86, 50, 60, 70. So. Die Regale sind zum Glück noch schön gefüllt. Haben wir gut gemacht. Dass wir das so gelöst haben, oder? Aber für Zeit? 9 Uhr. Oh. Kann ich nichts mehr bestellen. 4,40 Euro. 4,40 Euro. So. So, dann gucken wir doch mal. Wir bestellen einen Kühlschrank. Auch mal, ja. So. Und dann? Ach, ich muss... Da muss ich ja die Lizenz kaufen. Warte mal. Da wollen wir uns einfach zuerst mal den Kühlschrank bestellen. Und dann nochmals... Wir müssen ja noch gucken, dass wir das ja irgendwie auch noch... ...abbezahlen. Oder? Hm. Ich... Bin ich jetzt blöd? Ja, ich bin blöd. Da. Die Lizenzen. Vielleicht haben wir keine. 200 Dollar kostet die Lizenz. An sich könnten wir es machen. Wir machen es jetzt einfach. So. Dann können wir nämlich hier im Markt... Den haben wir bestellt. Einfach gucken. So. Wir brauchen dann einmal das da. Das da. Das da. Das da. Das da. Das da. Ach cool. Das haben sie aufgehoben. Sehr schön. Siehst du, jetzt 21 Uhr. Früher konntest du nur 10 Stück kaufen jeweils. Das haben sie abgeändert wieder. Das ist schön. Dann kannst du wenigstens so gestalten. So. Noch 700 Dollar habe ich. Dann bestellen wir erst mal das Zeug. Oha. Oha. Was habe ich denn gemacht? Was haben wir sonst noch irgendwelche Kosten? Warte mal. Bank. Ladung. Das ist gemacht. Verwaltung. Rechnungen. Bisschen wir am Abend zahlen. Ganz einfach. Bisschen wir am Abend zahlen. So. Dann können wir nämlich zuerst die Sachen hinbauen, würde ich sagen. Ich mag das Lied. Ich mag das Lied. Das ist auch so ein schönes Lied, echt. Wir brauchen Öl. Wir müssen mal gucken, ob dann die... Wir müssen noch eine Erweiterung kaufen. Ernsthaft jetzt? Lass mich doch zuerst mal damit klarkommen, was ich hier habe. So, dann können wir das nämlich oben draufstellen, so. Wasser, Wasser kühlen wir, oder? Würde ich sagen. Ja, Wasser kühlen wir. Oh, das ist schlimm heute. So. Dann haben wir hier noch übrig, 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 würde ich sagen. Schwarztee. In der Bückzone, würde ich sagen. So. Und Kaffee. Oder? So. Käse. Ich habe fast kein Geld mehr. Hätte mir einfach so ein gerade. Nicht aus dem Internet. So. Guck mal. Aber wir haben jetzt fast keine Kohle mehr. Das ist das Problem. Dann wollen wir die Preise jetzt so anpassen. So. 4,80€, 4,80€, 4,80€, 3,12€. Das passt. Das passt. Das passt. Das passt. Oha. Wenn ich das jetzt nicht mache, dann würde ich ja Minus machen. 2,66€. Machen wir 2,60€. 3,40€. 3,35€. 3,35€. So. Machen wir hier. 10,48€. Machen wir. 2,40€. 3,98€. 3,90€. 1,70€. 2,40€. 2,35€. 5,78€. Machen wir da. 5,70€. So. Oder? Wir haben noch keine Änderung stattgefunden. Sehr schön. Machen wir mal kurz auf und gucken, dass das Geld reinkommt. ausgeingabt was ist. 4,35€. Es sind alles горierte. 4,45€. Nonne für sich geht's in oder medikert. Wir sollten da sein. Nur da sein. klein ist dasint~~. Vielen Dank.